Der größte Unterschied zwischen einem Angestellten und einem Selbstständigen liegt in der Krisensituation. Da hat der Angestellter immer noch Kollegen, eine Führungskraft und zuletzt den Chef, den Inhaber, der die letzte Verantwortung trägt für die Entscheidung, die Krise zu überwinden. Als Gründer, als Selbstständiger bist du meistens ganz alleine und es liegt ganz an dir, wie du und ob du die Krise überwindest. Und deshalb werde ich heute eine Methode mit dir teilen, wie du jede Krise überwinden kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur geschäftsführender Gesellschafter des X-Rub-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolger, sondern selbst auch Unternehmer und Gründer. Und je mehr für mich gegründet habe, desto mehr ist eines passiert. Die Krisen kamen nicht einmal im Jahr, sie kamen nicht einmal im Quartal oder im Monat, sie kamen zum Schluss dann wöchentlich und heute manchmal täglich. Daher ist es zwingend erforderlich, Methoden zu haben, um Krisen zu überwinden und deshalb werde ich dir heute meine Lieblingsmethode zeigen. Zur Demonstration der Methode habe ich eine kleine Situation, ein Fallbeispiel aufgemalt. Und zwar bist du unterwegs in einem Gebirge, bist auf einem Hochgebirgsweg und vor dir hat es einen Steinrutsch gegeben. Und diese Steine, die jetzt auf diesem Weg liegen, versperren dir den Weg. Du bist in einer handfesten Krise. Zurück kannst du nicht mehr, weil da vielleicht schon der Wasserspiegel steigt oder der Weg hinter dir weggerissen worden ist. Und nach vorne kannst du auch nicht, weil der Weg versperrt ist. Der erste Schritt in dieser Methode ist herauszufinden, was konkret kannst du wirklich ändern. Und dass du dann den Mut entwickelst, die Steine in diesem Fall, die Aufgaben, die Schwierigkeiten, die du konkret tun kannst, damit dem Mut und der Entschlossenheit auch entgegnest und diese Steine beiseite räumst. Der zweite Schritt zur Überwindung der Krise ist, dass du eine gewisse Gelassenheit für die Dinge im Leben entwickelst, die du nicht beseitigen kannst, die du nicht überwinden kannst. Also in diesem Fall, in dieser Metapher, dargestellt durch große Felsenblöcken, die du nicht beseitigen kannst. Und das dritte, was du brauchst, ist die Weisheit der Unterscheidung. Damit du die lösbaren Aufgaben, die mit Mut und Entschlossenheit löst, unterscheiden lernst von denen, die du nicht lösen kannst, wo du Gelassenheit bekommst, um sie zu ertragen. Zusammengefasst besteht also diese Methode aus drei Schritten. Erstens, den Mut aufzubringen, die Dinge zu ändern, die änderbar sind. Zweitens, die Gelassenheit aufzubringen, sich damit abzufinden, die unlösbaren Aufgaben nicht zu erledigen. Und das dritte ist die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Fälschlicherweise wurde diese Methode der Krisenüberwindung Franz von Assisi zugeschrieben. Tatsächlich jedoch hat sie erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts der Theologe Reinhold Nibur entwickelt. Der hat einfach ein Gebet entwickelt, wo er gesagt hat, Herr, gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. So wird es dir auch als Gründer, selbstständiger Unternehmer gehen, dass du in Krisen viele Aufgaben hast, die du gar nicht lösen kannst. Große Felsbrocken, die aber nicht zu bewegen sind. Da brauchst du Gelassenheit, das zu ertragen. Auf der anderen Seite wirst du aber viele Aufgaben haben, die kannst du lösen. Dafür brauchst du Mut, gerade wenn es Dinge sind, die du neu machst. Ob es Akquise ist, Anrufe, Netzwerkarbeit, Videoproduktion, Contentproduktion. Aber das Entscheidende ist, dass du auch die Weisheit entwickelst, wie du das eine vom anderen unterscheidest. Da habe ich ein gutes Video auch für dich produziert. Den Link zu dem eben erwähnten Film, wo du jede Schwierigkeit auch meisterst und überwindest, den findest du unten im Text. Und ich lade dich jetzt ein, dem Video mit einem Daumen hoch zu bewerten. Und wenn du über weitere Videos dieser Art informiert werden willst, dann abonniere gerne jetzt den Kanal. Und ich wünsche dir viel Erfolg, die aktuelle Krise und alle weiteren Krisen zu überwinden und vielleicht diese Methode so gut zu verinnerlichen, dass du dich gerade schon darauf freust, in die nächste Krise zu kommen, um das Gelernte anzuwenden. Und ich wünsche dir viel Erfolg, das Gelernte anzuwenden. Und ich wünsche dir viel Erfolg, das Gelernte anzuwenden. Und ich wünsche dir viel Erfolg, das Gelernte anzuwenden. Und ich wünsche dir viel Erfolg, das Gelernte anzuwenden. Und ich wünsche dir viel Erfolg.